Nach der glücklichen Nullnummer zum Auftakt in Aubstadt steht die Spielvereinigung Unterhaching in den dunkelblauen Trikots im ersten Heimspiel nach dem Abstieg aus der dritten Liga schon ein klein wenig Unterzugzwang. Das gilt allerdings auch für die Gäste aus Burghausen, die ihren Saisonstart beim 0 zu 1 gegen Schalding komplett in den Sand gesetzt haben. Dennoch traten die Vacarianer im mit 1.500 Zuschauern ausverkauften Alpenbauer Sportpark von Beginn an recht selbstbewusst auf und hatten nach fünf Minuten auch gleich die erste Gelegenheit. Doch Christoph Meyer verpasst die Hereingabe von Felix Bachschmid um Zentimeter. Von den Hausherren offensiv in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Burghausen spielte dagegen teilweise sehr gepflegten Fußball, einzig die Abschlüsse wie hier in der 38. Minute sinnbildlich von Noah Akbaye zu harmlos. Nach 45 Minuten also durchaus noch Luft nach oben in diesem Duell zweier klangvoller Namen des bayerischen Fußballs, die aber noch nicht das erfüllen konnten, was dieses Match im Vorfeld versprochen hatte. Das sollte sich aber nach dem Seitenwechsel ändern, denn nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff war der Bann gebrochen, wenn auch begünstigt durch gleich zwei Fehler in der heimischen Defensive. Robin Ungerath macht das aber auch richtig klasse. In der vergangenen Woche hatte der 22-Jährige gegen Schalding noch eine Riesenchance zur Führung vergeben. Jetzt macht er es besser und bleibt eiskalt. 1 zu 0 für die Gäste. Und die wollten gleich nachlegen. Christoph Schulz nagelt diesen Ball per Volley-Schuss ans Außennetz. Haching weiterhin offensiv mit zu wenig Ideen. Wenn, dann wurde es meistens nur durch Einzelaktionen gefährlich, wie hier durch Boipelo Maschigo, Schöller aber auf dem Posten. Insgesamt die Verunsicherung bei den Gastgebern nun deutlich zu spüren. Timon Obermeier bringt mit diesem verunglückten Rückpass Akbaye in Position. Der scheitert erst noch an Alex Weidinger. Ungerath versenkt dann aber den Nachschuss zum 2 zu 0 in der 67. Minute. Doppelpack für den Angreifer, aber eine ganz, ganz bittere Pille für Haching und vor allem den erst 18-jährigen Obermeier. Die Partie nun vermeintlich entschieden, aber die Spielvereinigung hat ja noch immer einen gewissen Stefan Hain vorne drin. Der Routinier versenkt in der 83. Minute in unnachahmlicher Manier die Flanke von Yannis Turcan per Flugkopfball zum 1 zu 2 Anschlusstreffer. Die Heimelf jetzt natürlich mit der großen Schlussoffensive, dadurch aber auch anfällig für Konter. Weidinger mit dem Fehler und Ryosuke Kikuchi trifft vor dem leeren Tor nur den Pfosten. Wurde aber nicht mehr bestraft, denn kurz darauf war Schluss. Burghausen besiegt Unterhaching nicht unverdient mit 2 zu 1, dank des Doppelpacks von Robin Ungerath. Für alle Wacker-Fans war es ein überragendes Spiel, hat alles dabei gehabt. Wir haben am Ende einfach mehr gekämpft, das hat man glaube ich auch gesehen. Ich glaube wir wollten was gut machen von letzter Woche und wir haben uns den Sieg definitiv verdient. Kämpferisch, wir hatten die besseren Chancen, wir hatten geile Aktionen in der zweiten Halbzeit. Es war ein überragendes Spiel von uns. Burghausen macht also mit einer starken Leistung die nicht eingeplante Auftakt-Niederlage wett. Sandro Wagner muss dagegen weiter auf seinen ersten Regionalligasieg warten und steht mit seiner jungen Truppe in der noch jungen Saison schon vor der ersten kleinen Herausforderung. Dankeschön. 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 Dankeschön.